Heute im Test mal wieder ein kleiner Klasse 1 Artikel und zwar die Keller Brummkreisel. Wieder so ein 1€ Artikel von KIK. Die üblichen Angaben wie man sie kennt. NEM beträgt auf 9 Stück 19,8 Gramm. Hier schon geändert, Komet Feuerwerk GmbH, wurde ja von Keller bzw. Komet hat Keller ja übernommen. Ja, 9 Stück für 1€, kann man nichts zu sagen. Schauen wir mal rein. So sehen sie aus, Brummkreisel wie man sie kennt. Ja, und jetzt gehen wir mal raus und testen die. Viel Spaß bei der Zündung. Und nun 2.